Den Blog-Eintrag des Journalisten Simo Hirsch nahm AfD-Kofraktionschef Tino Krupala zum Anlass, die deutsche Bundesregierung zur Aufklärung des Anschlags auf die Nord Stream-Leitung zu drängen. Das ewige Schweigen der Bundesregierung ist nämlich der Nährboden für Gerüchte und Verschwörungstheorien, meinte Krupala dazu. Unterstützung gab es dabei von der Linken, wie NTV berichtet. Die anderen Parteien verwiesen auf die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft, die momentan ermittelt. Diese Ermittlungen müsse man abwarten. So wünschenswert eine Aufklärung sei, so klar ist aber auch, es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine klaren Erkenntnisse über den Schuldigen, sagte der FDP-Politiker Konstantin Kuhle. Deswegen verböte sich jede Spekulation auf der Grundlage unseriöser Quellen. Sie radikalisieren sich immer weiter als Moskaus Agent hier bei uns in Deutschland, rief er der AfD zu. Simon Hörsch schrieb in seinem Blog in Bezug auf anonyme Quellen, dass US-Marinetaucher für die Explosion der Gaspipelines in der Ostsee verantwortlich gewesen sein sollen. Vom Weißen Haus wurde diese Theorie dementiert. Vom Weißen Haus ist das, was ich empfiehlt. Soben Sie haben unsere Bestes verantwortlich?" Soben Sie haben die Bestes verantwortlich. Untertitelung des ZDF, 2020